Musik Ich bin Kleintierpraktikerin hier in Mainz und mache jetzt schon seit unzähligen Jahren immer wieder Erste-Hilfe-Kurse. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass immer mehr Leute so ein bisschen Bescheid wissen, was eigentlich zu machen ist. Und ich finde es sehr schön, ich finde die Idee des Hundetraums eben unheimlich toll und dazu gehört natürlich, dass jeder Ausführer auch so ein bisschen weiß, was er machen sollte, wenn irgendwelche gesundheitlichen Probleme mit seinem Gasthund auftreten. Musik